hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge weil sie war bevor es wieder sie ist und ich kann die zwischenden muss weg ja ich hab's gerade mit uns geändert nicht nachher der buch jetzt müsstet funktionieren geht nicht ich habe keine ahnung warum wie wird nicht funktionieren ich gucke mal ganz kurz schick keine ahnung warum das gar nicht geht wir du mal sprich mich ja so am fenster hoch ich bin eigentlich schon richtig noch dran aber es müsste normalerweise muss das machen er hat ja die zwischen den auch jetzt wo ich fahre mit meinem flieger sein aha die muss hier hinten so richtig helfen ist dass die terrasse oder noch mal selber ob es klappt es klappt ja ganz sicher durch die helfen und das wird eine schöne große terrasse also muss man auf meine schnelle achse wechseln dunkel ist so kommen wir die da hinten schon mal weg so sieht doch cool aus danke dir die plattform ist nicht ganz gerade ja was soll's egal geiler ausblick hammer geiler ausblick ja absolut und vor allen dingen dann kommen wir zu sehen hier komm mal mit ich bin schon hier mal hinten wo sind wir zuhören da kommst du aber nicht mehr ran ach doch ach ok ja alles klar es ist ja nicht schlecht ja nun kannst du dich bloß von vorne setzen die idee ist nicht schlecht aber diese wird das wahrscheinlich die bank ein stück zurücksetzen müssen hat er noch ankommt schlecht ich würde es aber jetzt auch nicht abreißen vielleicht solltest du hier hinten ein stück wand rausnehmen und denn da so eine tür einbauen weiß wie ich meine mag das risiko nicht eingehen naja das fällt nicht zusammen wenn der eine raus nimm es nicht du musst so lauter reden und hört man sich nicht kann mich da irgendwie nicht draufsetzen weil er mein licht gewesen alle drei angezündeten hätte ich oben nicht gehabt naja aber die dinge halt noch nicht ewig da jetzt wieder nachbauen müssen löwira wächst im stein das glaubt mir kein schwein direkt ist noch voll es ist gut ok wenn wir uns hier noch eine terrasse hinbauen so eine kleine schnucklige terrasse wo man dann so ein bisschen probier das mal bei ihm so 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 die vogel gesperrt aber so 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 hättet noch 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 das sieht ja auch blöde aus wieso hängt ihr jetzt mal die lechse luft so sind sie immer im boden verschwunden weißt und jetzt hängen so eine luft ach na das sieht ja doof aus wie kommen das gefällt mir mal gar nicht so weg damit die idee habe ich ja noch heute mal diese hier das wird mir schon wieder zu hoch hier und schief ist es auch schön dass du da bist wie geht es hier ach geht doch kaputt mensch wird immer noch ein stück tiefer sitzen hallo du kleine wildsau noch mal das ganze hier schön dichter an das schwein schon auch jetzt reicht es auch so halt denke mal die höhe reicht vollkommen aus so 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 ich hoffe gerade ist jetzt hier so ein zaun noch rum nein wenn man hier lang dank und dann noch mal hier und und dann haben wir gleich noch ein stuhl wie machen wir das am besten hier würde ich erstmal noch eine lampe hinsetzen besser hier sind wir diesen hier dieses die kirche wieder und weitkeule so da eine hin und dann setzen wir hier noch eine hin wir wollen ja in der nacht auch was sehen ich will auch eine schicke terrasse ich baue dir eine miss kater kein thema und hier stellen wir auch noch eine hin so machen wir das so essen müssen wir auch schon wieder ich wechsle mal ich brauche es zu ende warte mal ich habe mir noch ein snickers im fansen tisch und stühle da nicht und ich bin doch lieber und was mit sich stellen erst mal gucken wir mal ein tisch hier hier und zweiten ran oder wir stellen dass man stuhl noch mal gedreht noch mal gedreht so auch noch zwei hin oder ein ein besitzender scheitert nicht so mädel ich lade dich ja gleich zum grillen ein ist kein problem gibt schinken grillter schinken habe ich deinem freund letzte nacht raus geschnitten hoffe er schlacht dir der freund ja ja warte mal hier haben wir noch ein stückchen ran und dann hier noch einen hin ja 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 so wie von meiner tarasse runter mann ich habe dich nicht eingeladen du trottel außerdem will ich hier keine leichen ja toll mein normaler mann ist mir auf pinsel hier so aber weg hier von hoff tschüss wie dahin mann 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 schade dass man hier keine eine sonne schirme bauen können wer noch mal ist irgendwie schon mal ich gucke mal vielleicht kann ich ja noch etwas ach quatsch falsche falsche seite vielleicht kann ich ja hier über eine bank könnte ich vielleicht hier noch irgendwo hinstellen so so gerade endlich so kleine bank und kinder so terrasse ist fertig so weit drüber können wir noch mitbauen ich weiß gar nicht mal gucken du hast uns mal gucken und später darauf schukeln nachher wir wollten ja hier den weg noch bauen richtig tschüss heule ja guck mal hä der hängt seinen Arsch aus dem Dings raus hier kann man das drehen nein das kann man nicht drehen das ist doof warum kann man das nicht drehen aha ich muss mich drehen ok echt jetzt auch erst rund da gehen wir hier lang überhaupt die schweinchen so wo ist der eingang will ich nicht hier macht aber nichts das der eingang wir gehen mal gleich rüber zum bob und schließen hier gleich unser weg an ja das sieht doch cooler aus so laufen wir einmal durch hier gewitter ist gruselig ach das ist nicht gruselig so hat er sich doch schon ganz gut aus dann können wir ja gleich hier noch einen weg lang bauen so warte so 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 naja man soll mit steinchen hüpfen okay und dann gehen noch einen weg ran wir können wir noch ein raun ansetzen nein so nicht diesen hier ach menschen weil hier sehe ich nix mal gucken ob wir das hier drüben auch hinkriegen ja kannst du dich mal verpissen du glatz kopf ich hab ein haustier und weg ist aber die kommen hinterher den pfeifer trinken immer die leiche aus meinem wasser gut okay ich habe zeit ja ach du liebes bisschen wird wird das denn aber fangen wir hier unten an hast du irgendwo die bank naja aber muss mich jetzt mal hinsetzen haben wir draußen an ja ja freunde der nacht und hier im anschluss geht es dann auch gleich weiter mit einem ganz neuen stream vom ganz vork nämlich live ist es bei für strange gibt es gleich im anschluss danach und was ich euch noch gar nicht erzählt habe es wird ein halloween stream geben gerade mega lag am 31 oktober zu halloween machen ganz vork und der bopfer wird ein live stream nur für euch und wir haben auch schon ein paar spiele in petto besonders 1 das habt ihr auch noch nicht gesehen von uns es wird sein wahrscheinlich selbst ja glaube ich ja und ich hoffe ihr schaut rein ja helden live stream mit bopfern rock und dem ganz vork und vielleicht ein bisschen vor ist mal gucken oder resident evil muss ja wieder hoch kommen ja der bopter hat sich 3000 mal abgesichert jetzt hier ein mal ins haus da unten kriege ich nicht eine treppe war da muss ich versuchst mal von hinten und da nicht rein denn treppe ist doof gebaut so bock ein bisschen das auch schräg ach siehst du sind gar nicht auch noch gebaut das ist ja auch nice mit knochen gebaut so schnell kann man ein haus bauen so ich nehme mir noch ein sneaker oder zwei ach so ich muss auch nach oben okay so wir machen auch gleich feierabend hier für heute der bob will sein dachstuhl abbrennen jetzt gehen wir da unten da unten seht ihr unsere wege die doch eigentlich ganz schnucklig aussehen ja mega hell bin ich auch das nicht auch so vielen vielen dank fürs zuschauen schön dass ihr dabei gewesen seid und ach ich wieso auch nicht und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder und wie gesagt es geht auch gleich weiter mit einem ganz neuen stream life is strange lasst euch überraschen ja freundin in acht bis dahin ciao 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 Vielen Dank.